Jo, hallo und herzlich willkommen zu WoW, ich beginne jetzt mal mit Charakterstellung, ne, ich bin nicht mehr gleich Zombie Lord, aber ich darf hier keinen Stand lassen So, ich hatte gerade die ganzen Probleme, wie das funktioniert, aber jetzt habe ich es behoben, meine Auflösung war falsch Achso, ich bin froh, hoppala, hoppala Ähm, Frisur Ja, so ist gay Ja, perfekt Zum Spulenbad, perfekter So, ich mach mal ein bisschen lauter für den Film Das ist hier noch mein anderer Charakter Der Kak Norris, mein bester Charakter, oh ja, ich bin King Level 22 Voll schlecht Der Meep, ja, Paladin Krieger, Aslak und Tota Achimedes, auch schon Magier, den habe ich Ja, den habe ich halt auch Blutelf und ja, ich wollte mal schauen, wie die sind Die sind echt ganz geil, also Viel Spaß Und das Laden geht auch besser, sehr gut Dann, tschüss Fast 7000 Jahre lang, führten die Othelfen ein grenzendes magisches Föhn an Tier versteckt in den Wäldern im Norden von Norddeburg Doch vor 5 Jahren fiel die Geißel der Untoten in Keltalas ein und trennte die Elfen an den Rand der Aushortung Geführt vom bösen Todesritter Arthas, zerstörte die Geißel den mystischen Sonnenbrunnen und traubte den Elfen damit die Quelle ihrer Macht Obwohl die Narben dieser Zerstörung tief waren, verbündeten sich die übrig gebliebenen Elfen und gewannen an einen großen Teil ihres Heimatlandes zurück Die hartnäckigen Überlebenden gaben sich selbst den Namen Und streben danach die überwältigende Macht, nur die sie einst verübten, zurückzukehren Angetrieben von der Herrschaft ihres verübten Prinzen, Keltas Sonnenwanderer Begeben sich die Blutelfen nun auf die Suche nach neuen Quellen, Arkanalas Und wegen ihr Land vor den untoten Strecken der Geißel zu schützen Als einer der windigen, überlebenden Kindelfen, müsst ihr lernen, in euren Durst nach meinem Leben zu zügen Und helfen, das Schicksal eures Volkes zu bestimmen Jo, da habt ihr es gehört Was ist euer Begehr? Was ist mein Begehr? Gute Frage Ich mach mal ein bisschen leiser So Die Gerechtigkeit wird obsiegen Tod allen Widersachern Sound Das ist mir noch immer so hoch Gesamtsabstärke Nein, nein, das wollen wir nicht Ich muss das jetzt zumachen Sag mal was Ja, sehr gut, das ist natürlich Der Tag der Abrechnung wird kommen Ciao Natürlich nicht zu euch, das ist zu meinen Eltern gewesen Ja, die gehen jetzt zum, was weiß ich machen Ja, ich würde wahrscheinlich nachher mit Darcho auf die Hilfe gehen Natürlich, das ist wüsste, weil es euch ja interessiert Gut, ich muss den rennen Na dann Die finsteren Zeiten werden vorübergehen Na dann Was muss ich denn damit machen? Ähm Mayer Probebop getötet Ah ja, genau Ähm, ähm, wie heißt denn das? Interface Sehr gut und damit ihr seht, was ich gemacht habe, diese Leisten sind ganz praktisch für Magier, Zauber und so ein Scheiß. Ich mache es so ausgeblendet, sonst, ja, sieht man das und das sehen wir dann nicht. Ähm, was passiert? So was zum Beispiel, das braucht man nicht. Das sind keine Angriffszauber oder Verteidigung oder so ein Seuss. Ja, genau wie das. Aber Feuerball ist eigentlich eh ganz stark. Ich das erste Mal Magie gespielt habe. Ich bin ja nur Level 8 geworden, also ich kann nicht viel zu Magie sagen, aber ich bin zum ersten Mal gespielt habe. Ich habe den Stab gekämpft, wenn du die Attacken einsetzt, ja. Also bitte, bitte auch lachen. Ich habe kein Ziel. Ah, du hast kein Ziel. Du hast kein Ziel. Äh, du, 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 du. Und dass die so hohe Reichweite haben, ist natürlich auch ganz nett. Ähm, ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich spiele jetzt 13.43. Ja, ich werde jetzt nur eine Folge mal aufnehmen, wenn ich heute hoch bleibe, natürlich. Und die wird mal bisher wahrscheinlich länger. Ja, nehmen wir es noch mit. Sehr gut. Ähm, ja, dann werde ich die nächsten Tage mal ein bisschen mehr spielen. Mal schauen, vielleicht werde ich am Abend nur so aufnehmen. Aber, das scheint. Vielleicht, mal schauen. Mal schauen, was ich sonst noch aufnehmen werde. Minecraft habe ich schon versucht, ja. Hätte ich gern gemacht. Aber das mache ich erst, wenn ich nur ein Lektopopps, um Stack das wirklich zu sehr. Und das habe ich mir sich ja noch nicht mehr anschauen. Was sei denn, wenn ihr wirklich wollt, dass ich Minecraft spiele mit Brutaldex und allem, ja. Ihr kennt ja von meinem Display mit meinem Frontal, halt. Multiplayer-Server. Ja, das ist ja ein bisschen laggyhaft, ja. Toll verfehlt. Ja, greift die Muschi an. Was ist das eigentlich für Viecher? Oh, Level up. Oh, ich bin so fame. Level 2. Komm, mach. Wieso benutze ich es denn? Start nicht. Bist du zu Markup? Ich bin gar nicht, ich habe die Mission gemacht. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich kühle durch die Bäume. Diese feinen Grafik-Details. Na egal, wenigstens gibt es eine schöne Story. Aber nach einer Zeit, wenn man durch die Dörfer geht, sieht man ja auch schon alles die gleichen. Bei den Untoten zum Beispiel habe ich ein Haus gesehen, das ausgeschaut wie jedes andere. Und da wurde mir gerade geschrieben von Dacia. Warte. Schreib mal kurz was. Warte mit einer Hand. Soll ich den auch ruhig gestellt? Bleibt wachsam. Ich habe gefragt, ob ich schon losgehe. Nein, ich gehe nicht los. Die zu dir nehmen Video. Bobby. Ich weiß nicht, wie lange ich noch aufnehmen werde. Mal schauen. Wie er nervt. Ich habe ja versucht, Stefan aufzunehmen. Er war letztens bei mir. Ja, es ging nicht. Er hat dauernd die Version Pandaria gehabt. Er hat es ja gekauft. Ja, ich natürlich auch. Gecrackt. Und der hat ja schon dafür gezahlt und so weiter. Ich habe aber keine Ahnung. Oh ja, ich weiß schon wieder, wo ich hier habe. Ein Frank von mir hat es mir gesendet. Und ja, mit diesem zog ich das auch meistens auf meinen, halt auf meinen Borgenschützer, auf den Jäger. Man schaut vielleicht auch ein paar Sachen auf. Wenn wir es und dann schon gehen oder so. Es ist nicht oder so. Mal schauen, was das wird. Ja, jetzt muss ich da hoch werden. Ja, jetzt muss ich da hoch werden. Ja, jetzt muss ich da hoch werden. Scheinlich, wenn ich weggehe, wenn ich das noch wahrscheinlich render und dann werde ich das später auf YouTube stellen. Und ich versuche es natürlich in HD hochzuladen, weil ich jetzt herausgefunden habe, wie das geht. Natürlich wusste ich das vorher schon, aber ich habe nie gemacht. Nein, aber... Ja, wir wissen es nicht genau. Und ja, deswegen tut uns leid, weil das nur schlechte Qualität war, versuche ich jetzt dann hochzuschauen. Und ich nehme natürlich auch Tipps oder Kommentarfragen an. Ah ja, du meinst, ähm, letztens hat mich hier jemand gefragt, genau, Minecraft, äh, was wir für ein Texturenpack verwenden. Das ist Janina Craft. Ist ganz nett. Und ich benutze von Honeyball, glaube ich, das, ja, ich war von Honeyball. Ah ja, genau, äh, Honeyball nehme ich. Und ja, da hinten ist so eine behinderte Mission, die so ein Arcane-Ding fesseln. Da muss ich so ein, mal einmal holen, dann so ein Arcane-Ding fesseln. Das habe ich letztens nicht gerade verstanden. Es gibt schon manchmal ziemlich behinderte Mission. Ja, komm her, mein Fuß. Sei brav. Tut mal, sorry, Leute. Sorry. Nicht auszucken. Sorry, wenn ich jetzt lecker. Ja, so, ja, sollte dann gleich vorbei sein. Und wenn es euch stört, dann spult einfach vor. Und ich hoffe, ich fahre jetzt nicht. Ja, nein, okay, passt. Ja, könnte mal alle zehn Minuten passieren oder zweimal, ich weiß nicht. Das ist mein PC, er ist fünf Jahre alt und ich bin froh, dass er überhaupt aufnimmt. Also, ja, ein Wunder eigentlich. Bleibt wachsam. Also jeder, der selbst einen älteren PC hat, Ja, und der weiß, dass wie das ist. Äh, also, ich habe hier die Hose. Das ist überhaupt besser. So. Komm, dann muss ich jetzt... Nachdem... Ich mache noch ein oder zwei Missionen und dann, wenn ich die abgeben gehe, und dann werde ich mich dann ver... Tschüss, ich werde das dann... Ähm, hochladen. Und ich werde erst... Heute am Abend zum Trainer... Trainer, Trainer, Trainer. Ich sage, äh, zum Trainer gehen und, ja, die Sachen halt weiter ausbilden. Ja, komm, verreck. Das blöde ist, die Attacken da ein bisschen langer, aber sonst ist er ziemlich stark, mächtiges Teil, aber im Nahkampf, ja, ist er schnell dead. Und, natürlich, habe ich schon erwähnt, habe ich vielleicht, wenn ich schon erwähnt habe, tut mir leid, dass ich mich wiederhole. Äh, ich meine, ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr... Ich werde wahrscheinlich einen eigenen Facebook-Charakter stellen, da werde ich dann draus schreiben, ja, ich zog jetzt Charaktik-Kombo oder WoW. Ihr könnt gerne mitzocken und Missionen helfen oder sonst was machen. In PvP oder dann schon machen. Gerne. Ich bin nur dafür zu haben. Ihr müsst mir Nachrichten schreiben. Oder, ich bin nicht, ich werde es wahrscheinlich e-postnehmer, wenn ich irgendwas mache. Und wenn ihr das dann zufällig seht, könnt ihr es mir einfach schreiben und, ja, könnt ihr einfach mitzocken. Lade mich in eine Gruppe ein oder ich lade mich ein. Kommt auch immer drauf an, mit wem ich, was ich zocke, welchen Charakter. Äh, was muss ich machen? Leuchttieren-Band. Und was sind das? Äh, Samuel-Leuchttieren von... Achso, Brach-Tatzendings da. Das sind diese Katzen, oder? Ja. Katzies. Äh, Katzen. Ja, natürlich. Durch die Mauer gepackt schießen muss ich immer mal verfehlen. Komm, töte die Katze. Oh, Katze tot. Bitte Tierschützer nicht aufregen. Ich bin nur total normalerweise eh Katzenfrei, wenn sowas her. Aber jetzt, verreckt du Scheiß. Oh, 3, Level 3. Oh, ich bin so fähig, ich hab schon so gute Sachen. Hm, spät ist es damit. Ja, Zeit vergeht. Ich muss dann 5 Minuten. Ja, weil ich das noch wirklich beenden. Das dann schon wieder umändern. Und dann, weil ich mich bedarfe, nochmal entschuldigen, dass es wieder bisschen verspätet ist. Also nicht aufregen. Nicht schlagen, Hilfe. Nein, aber... Ja, es ist ätzend. Nein, aber ja. Nein, aber ja. Oh, fährst du. Leck. Ja, tut mir leid wieder. Bitte vorspulen einfach. Scheiß Musik. Ja, esängt nach oben wieder. Tief. Ja, es geht mir. so wie er jetzt leckten das hat sich ein bisschen wegen nicht gar nicht schwul gar nicht schwul ich bin nicht schwul nein ich bin nicht schwul das Prozent die Katzen ich muss auf die Zeit achten ich kann nicht angreifen 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 ja also vielleicht fertig ähm Darch nimmt jetzt auch noch äh wir versuchen das mit ihm ja er ist bisschen anständig manchmal ja er nimmt Need for Speed auf Warcraft und so weiter ähm wir wollen natürlich ja klicks und so weiter wir wollen halt dass es euch Spaß macht uns zuzuschauen und nicht ja es wird langweilig nach einer Zeit einfach nur Minecraft und Aktikombot ja super diese Universe ist auch nicht super jetzt machen wir mal verschiedene Sachen und viel also es soll sehr ähm viele Sachen dabei sind das für jeden was dabei ist so mach ich die Emission da noch jetzt bin ich schon da so ich bin ja das ist so abgeben Mission oder mach ich das noch ich habe wie viel Zeit habe ich denn noch ja das geht sich noch aus ähm danach werde ich mich schnell zurück tp'n und dann sage ich dann auch schon wieder tschüss das war's dann wieder aber es kommt natürlich mehr ich werde wahrscheinlich bis Level 85 zocken wenn ich irgendwas habe kann auch mit einem Freund zocken so die nächste ist da ach so ich glaube ich komme dann eh wieder zurück eigentlich ich weiß eigentlich gar nicht hm ich glaube ich bin dann eh wieder zurück also ich glaube ich muss gar nicht tp'n war unmöglich aber ich brauche eigentlich ein Viech es geht mir jetzt schon in am Arsch mit Level 3 ich brauche ein Tier ich weiß gar nicht was ich von Tier bekomme ja Leck wie ihr gesehen habt nehm 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 10 er ist das sein die Aufnahme ist nicht besser das muss ich ganz spielen Spaß das sind die nicht langweilig man schauen vielleicht meistens das gelbe Musik immer schauen was ich mir da kaufen werde ja mal schauen was ich einfach machen ich nicht schön willst du auf einen Kaffee mit wirst du nein doch nicht okay tschüsse tschüsse wollte so Klochfick machen und so ja ganz geil mach ich mich halt mit meinen Tiger begnügen m wirst du was machen ich greif dich an oh ja bitch das hat dir weh ich hab dir gegeben volle Kanne konkret krass oh das war jetzt voll geil oh dies Junge weg bist du sieh dir wie konkret krass ich geil bin oh konkret krass geil ja jetzt ist die letzte Sache dann werde ich bei der nächsten Folge mal abgeben oder ich werde das Offscreen machen einfach das ist ja langweilig die Mission abzugeben um ja woher muss ich denn ich werde mich noch schnell zurückteleportieren und dann werde ich jetzt sagen ja wo ist mein Dunstein da danke fürs Zuschauen und ja schaltet die rein wenn es euch Spaß gemacht hat schaut auf unserer Facebookseite vorbei und tut mir etwas öh sagen ich muss mich abgewöhnen keine Ahnung was ich da sage aber schaut auf unserer Facebookseite vorbei stimmt ab welches Spiel wir das nächste spielen sollen ähm schon wieder ähm das geht doch um den Sack ja ich werde mir etwas einfallen lassen wie ich das jetzt machen werde mit meinen ähm 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 es geht mir auf die Eier egal tschüss Leute danke für die Einstellung